Guten Morgen, es ist halb sechs. Die Kühe sollten eigentlich jetzt in den Stall abriset. Bis zu hinterst. Sie sind am Fressen. Jetzt ist es ihnen wohl bei diesen Temperaturen. Es muss sie wahrscheinlich holen gehen. Jetzt kommen sie. Habe ich sie überzeugen können. Hopp, 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 hopp! Wir versuchen hier auch wieder etwas zu hacken. Mit unserer Haroli packen. Wie wir eigentlich die Kartoffeln brauchen oder gebraucht haben. Wir versuchen hier noch ein wenig zu hacken. 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 Ja. Ja. Wir versuchen hier noch ein wenig zu hacken. 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 Aber offenbar ist es kühler. Hier. So, ich habe das Hackgerät wieder abgehängt. Montags eventuell noch die Kartoffeln malmen und hacken. Und vielleicht noch ein zweites Mal durch das Meissen. Aber das weiss ich noch nicht so genau. Die Kühe sind am liegen. Erholungspause. In Reihenfleisch. So, ich habe hier noch die gröbsten Löcher zugemacht. Die ich mit dem Kran verursacht habe. So, jetzt wird dieser Parzelle auch noch eingeführt. Der Nachbar am Pressen. Ohne. Hier habe ich mir Tubaq angepflanzt. Tubaq. Ich muss da die Gabelperlängerungen demontieren, die sind mir im Weg, wenn der Schock fast voll ist, ist das nicht praktisch. Nehmen wir ihn weiter kurz ab. Geht schnell. Geht schnell. Geht schnell. Das war's. So, unser Heustoch ist praktisch voll. Jetzt kommt noch Öko. Aber sonst ist das Heuch geerntet. Übrigens hört ihr. Das ist der Ölkühler. 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 Das ist der Ölkühler.